Da ist Teddy! Geh's in Deckung! Und Leute, noch mal lassen Sie die... Teddy! Keine Bewegung, Sie sind verhaftet! Der Mann, den ich getötet habe, war Millers... Bruder! Bruder! Patrick! So, du bist da so einfach dazwischen gegangen wie John Wayne. Ich konnte doch nicht zusehen, wie Sie die Leute einfach abknallen. Es gab einen Zwischenfall an einer Hebebrücke in der Nähe der englischen Kanalküste. Miller sollte von Albany in ein Gefängnis auf der Isle White verlegt werden. Er konnte entkommen. Terroristen haben noch nie auf amerikanischem Boden zugeschlagen. Das sind Profis. Für persönliche Rachefeldzüge haben die keine Zeit, Jack. Aber ich habe seinen Bruder getötet. Du hast deine Nase in Dinge gesteckt, die dich nicht angehen. Und du hast meinen kleinen Bruder umgebracht. Unterbrechen Sie die Leitung, es ist ein Notfall. Wie stehen die Chancen meiner Tochter? Lassen Sie uns ein Augenblick... Dann sagen Sie es mir. Er wird uns niemals in Ruhe lassen. Kanschein! 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 Vielen Dank.